Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe aus meinem Let's Play von Pillars of Eternity. In der letzten Folge sind wir erfolgreich in diesen kleinen Kaff hier angekommen, oder was schon vor der Folge. Egal, wir haben jedenfalls hier gerastet und haben mehr oder weniger den Traum davon gehabt, doch nochmal diese Seelenzwergin an den Baum zu besuchen, was wir auch gleich tun werden. Vorher aber habe ich mir dann doch überlegt, bevor ich als Magier ganz alleine hier rausgehe, möchte ich doch auch einen generischen Abenteurer der Stufe 1 rekrutieren. Genug Geld haben wir und wenn sie nur 250 Kupfermünzen kosten, warum nicht? Ich hoffe zweimal noch, dass wir noch andere, auch interessante NPCs kennenlernen werden, die in unserer Gruppe beitreten wollen und das darf ich komplett selbst machen, nur gut. Dann, welche Begleiterin? Ja, warum eigentlich nicht? Ich meine, ganz ehrlich ist es mir sowieso relativ egal. Ich lasse es jetzt einfach so. Dann will ich aber als Krieger doch gerne einen, genau, dieser Avatar-Menschen mit, äh, naja, das sieht schon ein bisschen natürlicher aus, finde ich. Gibt es da einen großen Unterschied? Nö, gut, dann weiter. Wollte ich noch irgendwas sagen? Ne, ich glaube nicht. Wie gesagt, einen Kämpfer. Sollen wir uns sogar noch einen Priester leisten? Nö, ne, er ist mal ein Kämpfer. Und dann hoffe ich, dass ich doch schnell irgendwelche anderen richtigen NPCs finde, die mit mir, diszipliniertes Bombardement, die mit mir auf Abenteuerjagd gehen. Ja, das passt alles. Ich werde, ja, Verfassung, wenn es wichtig ist. Also ich kümmere mich jetzt auch gar nicht drum, wie die ausgefallen sind. Ich mache alles auf 16. Das scheint mir doch ganz gut zu sein. Wahrnehmung. Warum empfohlen? Ah, okay, es würde ein bisschen wohl was auf Verteidigungswerte geben. Aber das passt schon. Einfach schnell durchklicken. Die Kultur, ich glaube, die Kultur bestimmt eben hier was Kleines, aber hauptsächlich wohl das Equipment, womit man startet. Und also schaue ich mich kurz um. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ah, zwei Handwaffe möchte ich nicht haben. Und da musste ich nie, Entschuldigung. Oh, das sieht, das sieht eigentlich auch ziemlich stark aus. Aber ich habe mich gerade in diesen Säbelschwingenden, oder die Säbelschwingende Kämpferin verliebt. Weiter, ähm, ja, Söldner. Passt am ehesten, aber Wissen brauche ich eigentlich nicht. Landstreicher, haben wir die einfach von der Straße aufgehoben? Nee, Wissen 2 bringt es auch nicht. Mechanik, ja, wäre eigentlich ganz interessant. Ah, Sklave, mein kleiner Sklave, das passt. Mein schwarzer Humor würde mich jetzt dazu zwingen, zu sagen, die richtige Hautfarbe hat sie, aber das habt ihr natürlich gar nicht gehört. Ähm, die Haut, kann ich da noch irgendwas Natürlicheres nehmen? Ah, das sieht trotzdem ziemlich Alien-mäßig aus. Hm. Naja, trotzdem finde ich es ein bisschen besser. Ich möchte, wenn ich einen Alien haben will, dann würde ich mir doch einen gottähnlichen holen. Aber für einen Krieger passt das. Ja, ja, schon. Ja, wobei, das ist eigentlich dieser, dieser Halbling-Rasse, glaube ich, aber... Moment, dann machen wir es so. Wir gehen nochmal zurück. Sagen, die Haut ist eben grün oder dieses gelb. Das passt dann auch besser aufs Porträt. Ungefähr. Wie gesagt, ist ja nur hoffentlich kurzfristig. Kurzfristig. Und strümme, Stimme, du bist böse. Weiter. Äh, Lisa. So sieht es ja aus für mich. Und weiter geht's. Auf in den Kampf. Ich hoffe, damit sind wir jetzt besser gerüstet. Ich bin zwar nicht sicher, ob wir vielleicht in dieses Tal reißen sollten mit unserer... Erschaffen sie ein Abenteuer. Ein tolles Achievement. Ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt gleich in dieses Tal von vorhin gehen sollen und diese Kobolde ausrotten, aber ich denke, wir bleiben erstmal in der Story und gehen eben diese Zwergen am Baum hängend ein bisschen besuchen und gucken, was da passiert. Aha, da will... Ah, ich wette, das ist unser erster NPC. Du siehst vier Personen, die sich bei der Tür zur Schenke versammelt haben. Ihre erregten Stimmen und hackenden Gesten lassen darauf schließen, dass ein Streit kurz vor seinem Höhepunkt steht. Die erste Gestalte erhebt ihre Hände, um die Situation zu beruhigen. Sein Gesicht wird teilweise von einer Kapuze verborgen, aber Größe und Körperbau lassen auf einen Elfen schließen. Ich wollte niemanden beleidigen. Lasst uns diese Angelegenheit doch bei einer Runde mit beilegen. Geht auf mich. Wütende Einwohnerin sagt aber, beziehungsweise die anderen Gestalten, Männer aus dem Volk und eine Elfe, sehen nicht gerade überzeugt aus. Die Frau verschenkt ihre Arme und sagt, Aha, willst du unseren Stolz wohl mit ein paar ädyrischen Kalkupferstücken beschwichtigen? Sie spuckt auf die Füße. Wir brauchen dein Geld nicht. Ähm, jetzt beruhigt euch alle mal. Egal, um was es hier geht, es ist bestimmt nicht so schlimm. Oder, oh, ein Kampf. Das fand ich auch schön. Einer der anderen Männer starrt den Elfen mit der Kapuze an. Seine Augen sind rot vom Alkohol, aber sein Blick ist fixiert. Wir sind einfache Leute, aber dumm sind wir nicht. Das scheint er aber anders zu sehen, da er uns verspottet, während er in unserem Dorf wohnt. So lassen wir uns von den Ausländern nicht anreden. Und von Edirianern schon gar nicht. Der zweite Mann stößt sein Kinn in Richtung des Elfs. Er stinkt nach saurem Ehe. Na, mach schon. Sag es nochmal. Ich kann deinen entschuldigen Körbler warten. Jesus. Äh, warte, jetzt habe ich seine Stimme vergessen. Ähm, Jesus. Kannst du wohl niemand da wort... Was? Kannst es wohl nimmer da worten, dass die Schwester schnachselt? Oje, das Schlappschwanz. Mein Gott. Sag bloß, sie bringen die furchtbaren Dialekte aus, äh, Waltersgate wieder zurück. Den Dreieinheimischen entfährt ein, äh, gemeinsamer Wutschrei. Der zweite Mann knurrt wütend. Ich, ich werde dir deine Säuferzunge aus dem Maul schneiden. Entsetzen und Angst machen sich schnell auf dem Gesicht des Elfen breit. Das ist ein Missverständnis. Ich sag dir gar nicht. Er legt die Stirn in Falten und schluckt. Äh, was ihr da gehört habt. Er stellt sich fest hin. In seinen Augen flackert etwas Mürrisches und Rohes auf. Wir, wir, wir haben keinen Grund zum Streiten. Die Elfe zieht eine Klinge. Und genau da ehrst du dich. Ne, warte, das war eher. Und genau da ehrst du dich. Ähm, ja, ich würde schon versuchen, die Situation diplomatisch zu klären und sag, Das hier ist unnötig. Wäre es nicht besser, drin zu trinken, als hier draußen zu streiten? Deine Bildtätigkeit wollen wir hier nicht, Ausländer. Immer diese Xenophobie. Sie blinzeln dich durch rote, müde Augen an. Das klingt verdächtig, als ob du ihn verteidigen würdest. Ja, war klar. Gut, dann, die stehen schön dicht beieinander. Das scheint ein Fall für die Arcana-Explosion zu sein. Bäm. Das war doch effektiv. Als der letzte der Angreifer fällt, wendet sich der Elf dir zu. Ja, ich hab's alle auf einmal getötet. Ja, da fällt nicht eine nach dem anderen. Die Spannung ist fast gänzlich aus seinem glatten Gesicht verschwunden. So hatte ich mir meine erste Begegnung mit den Nachbarn nicht vorgestellt. Danke für deine Unterstützung in dieser, äh, mistlichen Situation. Genau zur rechten Zeit. Freut mich, dass ich helfen konnte. Ah, ich hätte noch eine schlaue Antwort gehabt, verdammt. Er lächelt dich kurz an. Höflichkeit ist dirzulande ein seltenes Vergnügen, obwohl dein Akzent vermuten lässt, dass du ebenso wenig ein Einheimischer bist wie ich. Er streicht seine Kapuze glatt und auf seinen Handschuhen bemerkst du die Franzen einer Stickerei. Seine Stiefel sind mit dem Schmutz einer vielmonatigen Reise überzogen, aber das Leder darunter ist robust und von guter Qualität. Nach diesem kleinen Fiasko sollten wir uns wohl einander vorstellen. Hallo, Korfieser. Zu dir einen Diensten. Gut, dann darfst du mir gleich was von dir erzählen. Ich bin ein ausgebildeter Zauberer und notgedrungen ein Abenteurer. Ich wurde im Südwald geboren, einem Teil des Festlandes des Reiches Edir. Meine Eltern dienten dem Adel und konnten mir eine Ausbildung bezahlen, wofür ich dankbar bin. In diesen Adelshäusern aber gab es keine Stelle für mich und so entschloss ich mich, in einem neuen Land nach neuen Möglichkeiten zu suchen. Wie genau bist du hier denn gelandet? Äh, ich, ich bin mit einer Karawane gereist, aber in der Nähe von irgendwelchen Ruinen wurden wir getrennt und die Karawane wurde zerschmetzelt. Äh, okay. Irgendwie Tana-Ruinen? Diese Ruinen können selbst zu den besten Zeiten, die wir jetzt nicht gerade haben, gefährliche Orte sein. Die Hälfte der Einheimischen würde dich für deinen Eindringen verhaften. Die andere Hälfte würde dich auf der Stelle niedermachen. Er beugt sich etwas näher ran. Jetzt bin ich neugierig. Was genau hast du dort gefunden? Ähm, ich soll ja vorsichtig sein, mit wem ich das sag, also was sag ich? Äh, ein Biwak, was ja auch der Tatsache in der Tat spricht. Und du hast überlebt? Ich hörte, dass das unmöglich sei. Er betrachtet dich mit neu gewonnenem Interesse. Anscheinend hast du entweder ein Händchen für den richtigen Augenblick oder du bist ein Günstling der Götter. Und wie hast du es geschafft, diese drei Trunkenwolde zu verärgern? Ich befürchtete, das war ein Fall von Missverständnissen und Fehlübersetzungen. Er legt seinen Finger zusammen und schaut weg. Es ist nicht gerade hilfreich, dass sich die Leute hierzulande so an ihren Krieg mit dem Edi erinnern, als ob er gestern gewesen wäre. Ja, wir sind natürlich diplomatisch. Du hast über einen der Angreifer und dessen eigener Schwester eine ziemlich schlüpfrige Anspielung gemacht. Ja, das war, wo du diesen komischen Dialekt aufgesetzt hattest. Ah, das! Er räuspert und zupft seine Ärmel zurück. Wie ich ihnen zu sagen versuchte, sie hat mich falsch verstanden. Nach ein paar Humpen geschieht das viel zu leicht und der Akzent ist auch nicht besonders hilfreich. Aha! Wofür ich auch dankbar bin. Lass uns doch über etwas anderes reden. Äh, er ist ein bisschen shady, der Charakter, habe ich das Gefühl. Okay, dann, was machst du hier in Goldtal? Eine hervorragende Frage. Er verschränkt seine Arme und blickt finster drein, wobei er zum Dorfzentrum hinschaut. Ich war auf der Suche nach frischer Luft und günstigem Land. Stattdessen gab mir der Magistrat eine Wegbeschreibung zur Schenke und erzählte mir eine Geschichte über die fordernde Ehefrau des örtlichen Fürsten. Er neigt seinen Kopf und sieht dich an. Aber das scheint wohl eine bekannte Geschichte zu sein. Und du? Ähm. In letzter Zeit habe ich viel merkwürdige Dinge beobachtet. Ich suche nach einem Experten auf dem Gebiet der Seelen. Sein Blick flackert, als er dich von oben bis unten musste. Wirklich? Nun, der örtliche Fürst hat weit und breit nach ähnlichen Spezialisten gesucht und sich ihrer genauso verzweifelt wieder entledigt. Er nickte in Richtung des knorrigen alten Baums im Dorfzentrum. Ja, das haben wir schon gehört. Sein Blick nimmt auch die eingestützten Gebäude und die brachlingenden Felsübersäten Felder auf. Ich vermute, dass man solches Fachwinsen wohl besser woanders suchen sollte. Ähm. Du siehst nicht unbedingt wie ein Siedler aus. Ein schlitzohriges Grinsen spielt über seine Lippen. Bitte entschuldigt, aber du auch nicht. Trotzdem, äh, trotzdem kann ein der Zufall an den merkwürdigsten Orten zusammenführen. Äh, okay, also ich habe meinen Kampf gehabt, ich bin nochmal weg. Und dann wird er sagen, nee, aber warte doch auf mich, ich komme mit dir mit. Was wird mal? Und ich auch. Wenn man die jüngsten Ereignisse berücksichtigt, umso besser. Ich hatte sowieso genug vom wässrigen Wein und den durchgelegten Betten in der Schenke. Er rümpft die Nase. Man sagt sich, selbst der Besitzer der Schenke hatte genug. Eines Tages ging er einfach fort. Das spricht Bände über die Instanthaltung. Er blickt dich vorsichtig optimistisch an. Vielleicht könnte ich mich dir anschließen. Ich könnte einen Ortswechsel gut vertragen. Ich reise sowieso nicht gerne allein. Gut, ich auch nicht. Dann lass uns gehen. Hervorragend. Ich werde dir folgen. Gut, äh, jetzt finde ich es ein bisschen blöd, dass wir diesen einen... Na, das wollte ich machen. Dass wir den einen Kompagnon angeheuert haben, aber was soll's. Das Haus ist wohl nicht bedrehtbar. Dann würde ich sagen, gehen wir zu der... Zu dem Baum. Das war aber nicht der, der war irgendwo hier hinten. Ah, ich muss vielleicht auch meinen Zoom ein bisschen schneller machen. Wir laufen erstmal hier hin und suchen weiter. Ah, da, da haben wir ihn doch. Da gehen wir wohl dann lieber hier außen rum. Ja, zwei Buchträger und einer mit einem Schild. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Irgendein Bekannter. Eder ist noch unbekannt. Den, äh, Urgard haben wir da vorne schon geredet. Ah, und da ist die Frau. Gut, dann erstmal mit Edda reden. Wirst du auch deinen Kopf verlieren wie Edda Stark? Wir werden's sehen. Hast du in diesem Baum nach jemanden gesucht? Ich könnte euch einander vorstellen. Äh, ich suche nach irgendjemanden, mit dem ich mich besser fühlen kann. Und das klingt irgendwie zweideutig. Ähm, komisch, so über die eigenen Toten zu sprechen. Er schaut den Baum hoch und atmet aus. Sieht so aus, als ob die Hälfte des Dorfes jetzt da oben bauen würden würde. Gibt wohl kaum Worte, um das Gebühren zu beschreiben. Ähm. Ja gut, dann sagen wir das mal. Ich will wissen, was passiert. Er nickt dir verständnisvoll zu, während er einen langen Zug aus seiner Pfeife nimmt. Äh, ich habe übrigens gesagt, ich suche nach jemanden, mit dem ich mich besser fühlen kann. Eben das, was ich vorhin als zweideutig klassifiziert habe. Mein Beileid. Er atmet aus, richtet seine Aufmerksamkeit auf etwas anderes und beobachtet das Dorf um sich herum. Okay, er schließt sich also uns nicht an. Den Baum. Zwischen den Wurzeln verschräugt liegen Armbänder aus Zwirn und Glasperren, verwelkte Blumen und Regen teils verwaschene Nozizen herum. Und vom Regen, ja, ja. Und was kann ich jetzt mit ihr machen? Caldera de Berasani. Der gedrungene, aufgeblähte Körper einer alten Zwergin baumelt von einem krummen Ast, der sich durch den Zug ihres Galgenstriks durchbiegt. Das aufgedunsene Fleisch ihres Halses, das stellenweise wie mottenzerfressene Laien aussieht, stülpt sich über das Seil, an dem sie hängt. Und der leblose, nach vorn gebeugter Kopf rollt beim Wechsel der Brise steif von einer Seite zur anderen. Du nimmst um sie herum ein schwaches Leuchten wahr, das aber keine Schatten auf seine Umgebung wirft, sich aber lauwarm anfühlt. Du glaubst nach ihm greifen und es berühren zu können, aber nicht mit deinen Händen, sondern mit einem Aspekt deines Selbst, das keine weltliche Dimension hat. Oh, hoffentlich kriegen wir jetzt die Erklärung, warum wir diese Seelen in der letzten Folge erkunden konnten. Dann werde ich mal nach der Frau greifen. Ja, das sieht nach einer Seelenerkundung aus. Schauen wir uns das mal an. Der Effekt ist ja echt ganz schick gemacht, muss ich sagen. Klare Gedanken fassend und dich auf dein Ziel konzentrieren, holst du Tiefluft. Als du ausatmest, merkst du, wie du dich nach der hängenden Frau ausstreckst. Du nimmst alles, was zwischen dir und ihr liegt, mit neuem, ungewohnten Bewusstsein wahr. Nachdem du dich weit genug gestreckt hast, um sie zu berühren, gibt es in deinem Verstand einen plötzlichen Ruck, ein klingendes, elektrisches Aufbranden von Bildern, Worten und Geräuschen. Du schließt unwillkürlich deine Augen und spürst, wie du an einem Ort, der nur von dir oder der hängenden Frau eingenommen wird, in eine Art tieferes Bewusstsein hineingezogen wirst. Als du deine Augen wieder öffnest, starrt sie dich mit milchigen Augen an, wobei ihr Körper noch immer im Wind schaukelt, den du nicht mehr spürst und an einem Baum hängt, der nun in einer nebeligen Leere steht. Also ungefähr wahrscheinlich das, was ich jetzt hier sehe. Die Frau nickt dir langsam zu, was das Seilknarzen quittiert. Und sie lächelt dich an. Creepy. Bist du wegen mir herangekommen, Schätzchen? Oder hast du dich verlaufen? Sie kneift ihre Augen zu, als sie zu dir hinabspäht. Ah, ich glaube beides, ja? Ähm. Also ich glaube nicht, dass ich es mir einbilde, deswegen gehe ich auch mal... Wie kannst du noch mit mir sprechen? Du bist doch tot und vorhin von Maden zerfressen. Wobei, kommen Maden überhaupt so hoch? Naja, egal. Kaldara bewegt ihre Zunge so im Mund herum, als ob sie ihn überprüfen würde. Ist es das, was wir tun? Vielleicht scheint es nur so zu sein. Vielleicht ist es der einfachste Weg für deinen Verstand, es zu verstehen. Sie lächelt dich mütterlich an. Ich glaube, es ist eine äußerst gute Wahl. Äh, ich muss verstehen, was mit mir geschehen ist. Sie nickt mit mitleidigem Blick, so als ob sie ein Kind trösten würde. Du meinst, dass die Welt ein bisschen anders aussieht als sonst? Fühlt sich das so an, als würdest du Dinge, die schon immer da gewesen sind, zum ersten Mal bemerken? Sie nickt. Du hast hinter den Schleier gesehen. Es dauert nur einen Augenblick, deine Seele... Also, es dauert nur einen Augenblick. Deine Seele erinnert sich daran, richtig? Sie erinnert sich, wie sie es miterlebt, wenn sie den Körper verlässt. So, als ob du dich in einem Traum erinnern würdest, den du schon lange vergessen hattest. Sie nickt erneut. Jetzt bist du ein Wächter. Ein Wächter wirst du auch bleiben. Äh, hoffentlich kein grauer Wächter. Äh, was ist denn ein Wächter? Ja, in der Tat, in der Tat. Was ist das? Mit dem Studium solcher Dinge haben wir viele bisseeler lange Stunden verbracht. Ich aber nicht. Ich nicht. Ich werde dir also alles sagen, was ich weiß. Das ist nur gerecht. Und hier sind wir, beide also auf Besuch. Und es erinnert mich an bessere Zeiten. Seelen werden weitergegeben. Manche sagen, dass durch Adrasteine geschieht, dass das durch Adrasteine geschieht, den Adern der Welt. Die Seelen verlassen die Welt für eine Weile und werden dann in sie wiedergeboren. Manchmal mehr als zuvor. Normalerweise aber weniger. Und selten dieselben. Bei allen Seelen gibt es eine Zeit, in der sie nicht mehr leben, aber auch noch nicht weitergegeben wurden. Aber furchtbar. Nochmal von vorn. Bei allen Seelen gibt es eine Zeit, in der sie nicht mehr leben, aber auch noch nicht weitergegeben wurden. Und diese Seelen streifen wie du und ich über die Welt. Entweder im Aufbruch oder verloren. Niemand aber kann sie sehen, weil sie vergessen haben, wie das geht. Und das können wohl nur die Bösseeler oder die Wächter. Ein Wächter aber kann sie sehen. Er weiß, dass sie sehen. Und manchmal kennen sie eine Person nur durch bloßes Ansehen. Sie wissen, wo sie in vergangenen Zeiten waren, als ihre Körper andere Körper waren. Sie sehen Erinnerungen, an die sich selbst deren Besitzer nicht erinnern können. Ein wahres Wunder, wenn alles gut geht. Okay, und was hast du mit dem, wenn alles gut geht, gemeint? Oh, sicherlich nichts, von dem man Angst haben müsste. Für manche ist es einfach zu viel. Manchmal gibt es Probleme mit dem Einschlafen oder anderen Schwierigkeiten. Sie lächelt dich beruhigend an und fächert ein Büschel eine lange Haare aus, die ihr aus einer Wange spricht. Wahrscheinlich eher ausreißend ausfächern, kenne ich jetzt noch nicht als Wort. Jedenfalls nicht in dieser Bedeutung. Ein angeregter Glanz zieht über ihre trüben Augen. Du, du solltest den alten Meerwald besuchen. Er könnte dir sicherlich mehr erzählen als ich. Ein Wächter, so wie du. Er hat seinerzeit vielen geholfen. Jetzt hat er sich in eine Burg zurückgezogen, die ihm niemand beanspruchen möchte. Nicht weit, nicht weit von hier. Cat Noir, jenseits der Schwarzauen. Die Gesellschaft wird er willkommen heißen. Okay, dann möchte ich gerne noch wissen, warum ich einen Biwak überlegt habe. Kannst du dir vorstellen, warum das geschehen ist? Caldera schützt dich einen Augenblick lang mit gelehrtem Interesse ab, bevor sie mit ihren fröhlichen Verhalten fortfällt. Wirklich, Schätzchen? Na, das wäre aber was, nicht wahr? Könnte Glück sein. Könnte wirklich so sein. So ein Stimm kann ein nachlässiges Ding sein. Oder vielleicht hatte er deine Seele schon in seinen Händen, konnte sie aber nicht hochnehmen. Wenn eine Seele im Laufe ihrer Existenz in einem Stückchen geblieben ist, kann sie nämlich ganz schön schwer sein. Üblicherweise nennen wir Experten sie starke Seelen. Sie denkt über etwas nach und lächelt traurig. Nante, meine ich. Nante. Diese Tage liegen jetzt alle hinter mir, nicht wahr? Sagst du, dass Seelen im Laufe der Zeit auseinanderbrechen? Oh ja. Entropie. Rümergranzwerk. Rümergranzer. Namen. Furchtbar. Warum kann der nicht einfach Talos heißen? Oder Latanda oder sonst irgendwas Einfaches. Aber okay. Wir wissen wenig darüber, warum oder wie das geschieht. Wenn wir sterben, verlieren wir Stücke von uns selbst und nehmen bei unserer Wiedergeburt Stücke die andere auf, aber weniger als wir verloren haben. Wir versuchten, es mithilfe der Beseelung aufzuhalten, aber wir hatten damit kaum Erfolg. Oh nein. Nur sehr wenige können Rümergranz Einfluss widerstehen und durch eine Art trotzende Kraft intakt bleiben. Zumindest für eine gewisse Zeit. Letzten Endes aber kann keine von ihnen ewig standhalten, glaube ich. Ne. Sie schnalzt ihre Zunge. Ich habe jetzt sie schmalzt ihre Zunge gelesen und wusste nicht so richtig, was ich da machen soll. Okay, dann. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Mich? Sie schüttelt protestierend den Kopf. Ich werde dich aber zu Tode langweilen. Ich hoffe, dass ich euch nicht langweile. Jetzt klingelt es gerade. Ich muss mal kurz ans Telefon. So, hier bin ich wieder. Dann würde ich sagen, machen wir dieses Gespräch noch fertig und dann dürfte die halbe Stunde auch vorbei sein. Ich bin jetzt nicht sicher, wie lange ich noch Zeit habe. Dann, naja, was ist ein Beseeler? Das ist wohl die wichtigste Frage, damit ich euch jetzt auch nicht zu sehr langweile. Ein Student der Seele. Etwas so grundlegend, dass das trotzdem so wenig verstanden wird. Aber während meines Lebens sind so viele Durchbrüche erzielt worden. Sie kicherten, oder so ähnlich, wurden, meine ich, wurden. Wenn man die Einheimischen fragt, sind wir nur eine Bande von Seelenjägern, die es auf die geistig Schwachen abgesehen haben. Und auf die Schlimmsten von uns trifft das auch zu. Aber unsere Besten, ja, die Besten, erleuchtete Wunderwirker. Meine Eltern waren Seelenzwillinge und bis sie sich trafen, ging es ihnen jämmerlich. Sie waren innerlich leer. Erst ein Beseeler half ihnen zueinander zu finden. Er hat ihnen ihr Leben zum Besseren gewendet. Du würdest die Geschichten kaum glauben. Amnesiaks halfen dabei, sich an ihre Leben zu erinnern. Brachten die Selbstmordgefährten zurück vom Rande der Vergessenheit. Die Älteren nahmen sich extra Zeit für ihren Abschied. Oh, wie schnell wir vergessen, wenn wir Angst haben. Es ist eine faszinierende Wissenschaft. Ist das nicht eine faszinierende Zeit, um im Trüwald zu leben? Einem Ort, an dem die Forschung nicht kontrolliert wird? Ich lebe die Vailianischen Republiken aus vielerlei Gründen. Aber ich fürchte, ihre Übervorsichtigkeit in letzter Zeit wird sie ins Hintertreffen geraten lassen. Okay, äh... Was ist mit ihnen passiert, meinst du, die Frau? Sie lacht. Zwischen ihren buttergelben Zahnreihen hindurch entkommt ihr ein kratzendes, ersticktes Gegacker, das ihren Kopf mit jedem Lachkampf hoch- und runterhüpfen lässt. Als sie deine ausdruckslose Miene bemerkt, fängt sie sich wieder. Ach, jetzt komm aber, was für eine Frage! Als ob die Antwort darauf nicht so einfach wäre, wie zum Galgenstrick gebundenes Seil wäre. Äh, die Metapher kann ich jetzt nicht ganz entschlüsseln. Lass einer deiner alten... Lass einer alten Zwergen doch ihre letzte Hochstimmung. Nun, ich ging dorthin, wo ich gebraucht wurde, nicht wahr? Meine Dienste bot ich Fürst Räderick für einen Hungerlohn an. Einen bescheidenen Hungerlohn. Noch ein bescheiden, okay. Meine Aufgabe war die Untersuchung der Fürstin. Ich sollte herausfinden, warum die Götter es für passend befunden hatten, ihren Leib zu vergiften. Oh, monatelang studierte ich sie. Ich suchte mich dumm und dämlich nach Unreinheiten. Ich prüfte ihre Valenz und die Durchlässigkeit ihrer Essenz. Und weißt du, was ich fand? Sie schüttelte den Kopf. Nichts fand ich. Gar nichts. Eine von Kopf bis Fuß gesunde Frau, die mit einer schönen Seele gesegnet war. Noch dazu war sie so eine reizende Frau. Demütig, aber warmherzig. Für mich irgendwie beides positive Eigenschaften. Da hat es aber nichts zu suchen. Nach ein paar Monaten aber verlangte der Fürst des Hauses Antworten. Anfangs erzählte ich ihm noch, was er hören wollte. Oh ja, mein Fürst, sie ist voller Missverhältnisse. Ich brauche Zeit, um sie zu heilen. Als die Geburt nahte, wurde er immer ungeduldiger, wie es bei den Fürsten eben so ist. Und schließlich bin ich hier gelandet. Okay, äh, wer bist du? Die, wir haben jetzt, denke ich, genug davon erfahren. Die Frage spare ich mir jetzt mal. Äh, dann noch ein letztes. Bilde ich mir das alles ein? Sie überlegt, sie überlegt einen Moment lang und schaut an ihrem eigenen schlaffen Körper hinab. Nein, ich, ich glaube nicht. Ihre Zunge schnalzt und sie schüttelt den Kopf. Ach, wie schade. Wäre es doch einfach gewesen, gar eine Gnade, sich keine Fragen mehr stellen zu müssen. Doch leider sind wir hier. Du und ich. Wobei sich die Frage stellt, wo hier sein könnte. Okay, das war erstmal genug. Lebt wohl. Auf Wiedersehen, Schätzchen. Das war ein schöner Besuch. Kaldara schließt ihre Augen, worauf ihr Kopf nach vorne über den Galgenstrick sinkt. Und deine Umgebung scheint sich von einem unbekannten Warteort wieder in deine Wahrnehmung einzublenden. Hallo, zieh dich mit zusammengekniffenen Augen an. Ist du in Ordnung? Gerade noch schienst du verloren zu sein. Ich bin ein Wächter. Nein, äh, ja, ja, es geht mir gut. Er verschränkt die Arme. Das ist gut zu wissen. Aber du wirst mir wohl nicht erklären, um was es bei all dem überhaupt ging, oder? Na, jetzt muss ich also. Ich bin ein Wächter. Seine hochgezogenen Augenbrauen ziehen sich unter seine Kapuze zurück. Nun gut. Das ist interessant. Er grinst dich schlitzhorig an. Und das soll vermutlich erklären, wie du einen Biwak überlebt hast, was? Auf jeden Fall weiß ich deine Aufrichtigkeit zu schätzen. Da wir zusammenreisen, ist es wahrscheinlich weise, dass wir diese Dinge miteinander teilen. Äh, weißt du etwas über die Wächter? Nur, dass es nur wenige gibt. Und dass sie einzigartige Einsichten in bestimmte Seelenzustände haben. Äh, äh, äh. So wie du es gerade unter Beweis gestellt hast. Nun gut, dann gehen wir mal weiter. Gut, ähm, ich gucke auf die Uhr. Da steht jetzt 36. Ich weiß nicht genau, wie lange wir telefoniert haben. Deswegen würde ich sagen, machen wir vor heute wieder Schluss. Und ich sehe euch das nächste Mal. Tschüss.